Der Graf kann, wie wir alle wissen, den Heiz nicht wirklich voll genug kriegen und er hat sich deswegen dazu bereit erklärt, wir werden es nicht glauben, dieses wässerscharfe Familienschwert kann man es schon sehen, also das Rasieren ist sehr scharf, dieses Familienschwert zu schlucken, da sieht man mal, wohin Gier führen kann, ich bin sehr gespannt, das ist jetzt wirklich ein mehr als riskantes, also ich kann es mir überhaupt nicht vorstellen, ehrlich gesagt, wie man dieses lange Schwert, wenn es vorsichtig ist, sehr scharf, ich habe schon fast geschlitten, ja, jetzt bin ich aber mal gespannt. Gottes Willen, muss es sein, wenn man will? Nein! 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 Das ist ja Wahnsinn! Ich glaube nicht, soll ich den Arzt rufen? Das sieht ja das messerscharfe Ding aus dem Hals aus! Gott, das will! Ist denn gar kein Blut irgendwo? Ohne Blut! Also, Sie können aber den Hals wirklich nicht! Egal, hier ist es das? Ohne Blut! Ohne Blut! Ohne Blut! Und da sind ja, das ist ja auch ein Problem! Untertitelung des ZDF, 2020